hallo grüßt euch und herzlich willkommen auf meinem youtube kanal zu einem neuen video für train symbol 3 ich freue mich sehr dass ihr wieder dabei seid ja wir machen wir heute mal wieder so eine kleine so eine kleine tour als passagier diesmal mit dem er 54 der hier in würzburg an gleis 9 steht und in wenigen minuten los fährt nämlich um 10 37 und der fährt nach frankfurt am main und der fährt nämlich nicht über die schnellfahrstrecke sondern der fährt richtung gemünden und da will ich heute mal mit euch gucken nachdem wir schon zwei dieser videos gemacht haben einmal sind wir ja bis nach lohr gefahren und dann von lohr nach gemünden um zu schauen wie weit die strecke dort gebaut ist und dann sind wir ja oben in kassel einmal auf die main weserbahn gefahren da war ziemlich abrupt schluss ich gehe schon mal rein ich das ja dann hier ohne und los fährt und heute wollen wir mal gucken wie weit der zug anstatt hier auf die schnellfahrstrecke zu fahren nämlich hier unten richtung güterbahnhof in würzburg fährt und dann fährt er ja hier hinten dann unter der schnellfahrstrecke durch wo genau hier kann ich euch jetzt nicht sagen auf jeden fall hier unter der brücke durch und dann geht es hier nach hier oben sogar hier bis nach gemünden und da bin ich mal gespannt wie weit wir heute kommen werden schauen wir mal ich bin definitiv sehr sehr gespannt ich hoffe ihr auch und diese videos die kommen ja auch sehr sehr gut bei euch an und ich finde das hier selber sehr sehr spannend da so ein bisschen ja zu prädikten was darf der games da so in zukunft für diese strecke und auch gerade für die main spessert bahn noch so plant ihr habt auch gesagt das hatte ich gar nicht so auf dem schirm das hatte ich ja gar nicht so auf dem schirm na hallo mit der hole mich losfahren so wir setzen uns einfach mal hinten rein noch mal hatte ich ja gar nicht so auf dem schirm die jahre auf denen die auf denen die strecken hier spielen die sind ja nicht gleich hier vorne steht übrigens er e 5 das aber der e 54 ich glaube die main spessert waren die spielt ja im jahr 2016 oder 2017 und die schnellfahrstrecke kassel würzburg hier ist soweit ich weiß in der heutigen zeit angesiedelt also kann das schon mal gar nicht gehen weil die main spessert bahn wurde ja auch umgebaut ich glaube bei heigenbrücken der tunnel wurde ja zugeschüttet da wurde neuer gebaut der stand der main spessert bahn so wie sie hier im spiel ist der erst heute nicht mehr aktuell deswegen das wäre so ein problem was dafür sorgen könnte dass die strecken nicht verbunden werden und ihr habt auch echt viel feedback gegeben einige von euch haben geschrieben dass der matt von darf der games ganz klar gesagt hat es wird niemals dazu kommen dass strecken verbunden werden aber ja da vielleicht hat schon oft irgendwelche sachen gesagt die dann doch widerrufen wurden und deswegen so ein bisschen so ein bisschen ins schwarze tippen ins unbekannte tippen ist ja auch erlaubt und ich finde das auch immer ganz spannend zu sehen was die entwickler da so im hintergrund noch so gebastelt haben und ich bin gespannt was uns jetzt erwartet wenn wir hier fahren von würzburg richtung gemünten mit dem re 54 ich glaube von würzburg nach dem münden sind es knapp 35 km und hier oben geht es ja dann in die schnellfahrstrecke oder auf die schnellfahrstrecke in den tunnel und wir fahren hier unten lang hier ist schon ende der sitzung aber das soll uns ja nicht stören wer die anderen beiden videos gesehen hat der weiß man kann hier trotzdem weiterfahren indem man einfach hier auf zum freien spiel zurück klickt und dann geht es auch weiter hier hängt schon mal die signale in der luft nicht schlecht und das ist so ein bereich die man von der schnellfahrstrecke aus definitiv nicht sieht dann seht ihr hier auch schon fehlen dann auch schon die oberleitung aber die gleise sind gelegt hier und gut aber noch wo geht es hier hin noch einige gleise wahrscheinlich industriegleise die signalbrücke steht Signale sind auch verbaut dann geht es hier einmal um der kurve rum wir haben jetzt quasi schon den bereich verlassen der hier auf der karte angezeigt wird und dann geht es hier einmal rum und hier hinten unter der schnellfahrstrecke durch und da man diesen bereich nicht sieht von der eigentlichen strecke aus auf der man fährt ist hier auch keine oberleitung verbaut hier beginnt dann der Güter bzw. Rangierbahnhof und da hinten stehen auch schon Waggons und da hinten ist auch die Brücke der schnellfahrstrecke die ist dort zu sehen da schreibt es gerne unten rein was ihr denkt warum dafür gibt es sich hier so viel Mühe gegeben hat gerade rund um Würzburg was die Mainz-Bessertbahn angeht warum hier gerade der Bereich über die Nandenbacher Kurve nach Lohr dass auch der Bahnhof von Lohr mit verbaut ist also da kann man einiges vermuten hier ist klar warum hier warum hier Rollmaterial steht wenn man das oben an der Brücke auch einfach dann sieht ja das wäre dafür vor ein paar Jahren auch noch schnauzglück egal gewesen hier ist ein ja Stalagmide oder Stalaktid ich bin mir gar nicht sicher kommt hier einmal hinaus ja wie gesagt da oben fährt man dann drüber und sieht den Bereich hier unten auch und hier kann man ja echt noch sagen das haben sie gebaut und hier fährt auch der Regionalexpress weil man ihn halt oben von der Brücke sieht da geht es einfach um Stimmung die erzeugt wird wenn hier unten auch Züge unterwegs sind und jetzt bin ich gespannt wie weit wir kommen hier scheint ist hier Schluss? ne oder? ne wir fahren hier einfach weiter durch den Erdrutsch durch die Mauer und das ist auch echt noch weit gebaut hier schaut mal vorne geht es auch noch weiter nach links echt interessant wie weit wir hier kommen weil das ist ein Bereich den man von der Brücke oben definitiv nicht sieht hier geht die Strecke geradeaus und nach links das ist ja auch spannend ok da despawnt der Zug ok 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 schauen wir ob wir hier aussteigen können tatsächlich einmal hier zack hier ist dann also Schluss für den Zug aber schauen wir mal wie weit wir hier noch laufen können spannend spannend fahren können wir den Zug ja nicht aber ist schon ein ordentliches Stück was sie hier wieder gebaut haben komme ich hier weiter hier kann ich tatsächlich weiter schaut mal und das ist das ist ordentlich hier geht die Strecke weiter nach Gemünden und dann natürlich auch nach Lohr und Aschaffenburg ja machen wir mal einen Fußmarsch jetzt ist auch wieder die Frage warum ist dieser Streckenabschnitt gebaut obwohl der Zug schon da vorne despawnt schreibt es gerne Hunden rein was eure Gedanken dazu sind ich bin der Meinung das macht man ja nicht umsonst I'm walking down the street I'm walking endlessly ja schauen wir mal wo wir ankommen ob hier irgendwann eine Wand kommt die sagt nö hier kommst du nicht weiter also wenn die Strecke wirklich bis nach Gemünden gebaut sein sollte was ich nicht glaube aber wenn sie gebaut sein sollte werden wir das natürlich jetzt nicht komplett zu Fuß ablaufen was man nicht alles macht um irgendwie Dinge rauszufinden aber das ist echt noch weit gebaut hier und die Frage nach dem warum ist halt einfach da einige haben auch geschrieben was hat nichts zu bedeuten manchmal sind das auch einfach Test Teststrecken oder zu Promozwecken irgendwelche Strecken die dann vergessen werden raus zu nehmen oder halt manchmal auch im Fall jetzt von der Nandenbacher Kurve runter nach Lohr und dann der Abschnitt bis nach Gemünden einfach nur mal um zu gucken ob man es umsetzen könnte und dann wird es vergessen raus zu nehmen weil man nicht denkt dass die Spieler so schlau sind und dann mit dem Zug da als Passagier hin fahren aber ja das sollte man ja wissen eigentlich als Entwickler wenn man die Möglichkeit gibt als Passagier mit zu fahren dass das dann auch gemacht wird also für mich ist das nicht ohne Grund ich habe es ja schon mal gesagt damals bei dem Video als wir nach Lohr gefahren sind das macht man nicht ohne Grund das kann man sich sparen und dann einfach die Arbeit die man sich hier mit macht einfach in ja zum Beispiel Sachen stecken wie Gebüsche in Tunnelwänden entfernen oder Blitze die durch Tunnelwände zucken entfernen eine Spieleschmiede will ja Geld verdienen und die machen ja nichts womit man kein Geld verdient und hiermit verdienen sie kein Geld vielleicht ist doch einfach nur ja der Wunsch nach dieser Streckenzusammenlegung bei mir so groß dass ich hier viel mehr rein interpretiere als es tatsächlich ist aber schaut mal wie weit man hier laufen kann man sieht gar nicht mehr die Brücke der Schnellfahrstrecke also hier kann man definitiv nicht hingucken und wie ihr gerade gesehen habt der Zug die spawnt viel 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 weiter vorne hier stehen auch Bäume die werden ja nicht automatisch gesetzt die muss ja auch ein Entwickler hier hinsetzen also das lässt wieder viel viel Spielraum also von Würzburg Karlstadt kommt dann glaube ich dann kommt Gemünden Lohr und dann weiter nach Aschaffenburg das ist ja auch knapp 80, 85 Kilometer das wäre auch nochmal eine super Sache wenn sie das machen würden guckt mal wie weit man hier laufen kann da vorne ist auch ein Signal da vorne ist auch ein Signal da vorne ist auch ein Signal weit weit weg von der eigentlichen Strecke ich bin mir nicht mehr sicher wer es geschrieben hat ich glaube der Roadrunner der hat geschrieben wahrscheinlich gibt es hier irgendwo außerhalb der eigentlichen Strecke einen Knopf da drückt man drauf den haben die Entwickler versteckt und dann ist die Strecke zusammengefügt die Mainz-Bessert-Bar mit der Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg lustig wäre es auf jeden Fall also für KI-Züge ist dieser Streckeabschnitt jetzt definitiv nicht gebaut weil ich betone es gerne nochmal wir sind ganz da vorne despawned und hier fährt nichts hier fährt keine KI hier fahren wir nicht hier fährt einfach gar nichts auf Erkundungstour Richtung Gemünden ja der Wahnsinn ich würde sagen wir laufen jetzt noch 5 Minuten entweder wir finden noch was schönes oder wir kommen nicht weiter oder wir beenden dann das Ganze weil wenn hier wirklich nur die Gleise verbaut sind ich glaube da vorne ist auch Ende sieht zumindest so aus aber das ist schon ein gutes Stückchen das ist schon ein richtig richtig großes Stückchen was sie hier verlegt haben aber da vorne scheint Schluss zu sein und da sieht das nur so aus ne da geht es noch weiter das hier nur verschüttet und hier geht es noch weiter wow Spannend, 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 spannend ja wenn man zum Beispiel oben das Video sieht von der Main-Weser-Bahn oben von Kassel da war ja relativ schnell Schluss und auch wenn man in Kassel-Wilhelmshöhe aus nördlicher Richtung rausfährt Richtung Hauptbahnhof und Richtung Güterbahnhof da ist auch ganz ganz schnell Feierabend warum haben sie es hier nicht gemacht es kann für mich nur der Grund sein dass hier irgendwas noch geplant ist da vorne ist sogar eine Weiche verbaut es kann für mich wirklich nur der Grund sein hier ist für die Zukunft noch mehr geplant und es würde mich echt freuen hier haben sie sogar eine Weiche reingebaut ich schau mal eine an einmal eine Weiche kann man die sogar stellen? das wärs ja auch noch da vorne ist gleich noch eine und noch eine ja glaubst du es denn keine Ahnung wie spannend das für euch ist aber so nehme ich euch zumindest die Arbeit ab falls ihr das selber mal vor hattet keine Ahnung wie spannend das für euch ist könnt ihr bei mir schauen braucht ihr nicht selber über die Strecke laufen schauen wir nochmal auf die Map schaut mal wo ich bin das sind bestimmt gute boah schwer abzuschätzen aber 6, 7, 8 Kilometer sind das und es ist kein Ende in Sicht kein Ende in Sicht und ich kann mir echt gut vorstellen dass das durchgebaut ist bis Gemünden ja echt so ein bisschen baff gerade auch dass hier noch Berge und Bäume und alles stehen ich meine das ist ja alles alles auch ja Ressourcen die verschwendet werden quasi hm 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 Gibt es eigentlich einen No Clip Modus den man irgendwie aktivieren kann das wäre ja immer ganz spannend ne wenn man den No Clip Modus hätte können wir hier auch hoch gehen ja ich glaube das bringt jetzt auch nichts hier weiter zu laufen wir sind echt weit gelaufen wir sind echt weit gelaufen also das ist wirklich massiv das ist wirklich heftig naja hier unten haben wir den Würzburger Bahnhof und ja hier knapp irgendwo hier sind wir die spawnt mit dem Zug und wir sind jetzt bis da hoch gelaufen ja fast den halben Weg bis zur Nantenbacher Kurve haben wir jetzt hinter uns und ich schätze dass das ganze noch ein paar Kilometerchen so weiter geht und da bin ich echt gespannt was ihr dazu sagt warum liegen hier Gleise wo man doch mehrere Beispiele hat wo die KI Züge noch einen halben Kilometer fahren und dann einfach ihren Deespawn Punkt haben und dann hören auch die Gleise auf siehe oben die Main Weserbahn bei Kassel die ja dann relativ schnell endet und wie ich eben gesagt habe auch die nördliche Ausfahrt Richtung Kasseler Güterbahnhof wo auch nicht viel verbaut ist sondern relativ schnell das ganze aufhört da gibt es auch nicht viel zu zeigen aber hier unten ich finde schon dass das einen höheren Sinn hat und da auch mehr hinter steckt bin gespannt was ihr meint ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr dem Ganzen einen Like gebt für meinen Marathon den ich hier gelaufen bin und beim nächsten Mal wieder dabei seid in dem Sinne danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao